Ja und somit ein recht herzliches Willkommen liebe Freunde, so wir haben noch ein bisschen Stress hier, Ronin, Rise of the Ronin spielen wir heute, herzliches Willkommen, hallo Mark, danke schon für die ersten 5 Likes die es da gab, danke, danke, 8 Likes, alter Schwede, was geht denn da ab? Sensationell, so Soundcheck, sind wir gleich am Start, ja das passt eigentlich perfekt, optimal, so fängt das Stream jetzt auch bald an, da waren wir noch im Warship drin, ok, das passt, perfekt, das läuft soweit, gut, dann kann ich da umschalten und wir schauen uns das heute an hier, das Game, So, vielleicht kann ich uns ja der Mark sogar unterstützen dann, wenn wir, weil wir soweit heute kommen, wo es dann in so eine Area geht sozusagen, in die Area 51 Gut, das haben wir dann mal den Bildschirm, hallo, ah, das war der falsche, so ein Ausgang ist es, ja, perfekt, let's go, wir haben wir gerne mal rein, ja, wenn wir da über die Placey streamen, ist das eh geil, da mit dem, vielleicht brauche ich ja dann Streaming PC, glaube ich, Na, wobei, irgendwie kriegen wir das schon hin, auch im Normalfall, das passt Was? Ein Update? Oh. Von dem Game gerade, oder was? Also weiter beim Verkaufs, beim Supermarktsimulator, da gibt es ja auch ein Update, das weiß ich, und beim Le Mans auch, das wird es demnächst nichts, also nächste Woche dann auch geben, weil ich bin ja ab morgen nicht mehr da, die zwei Tage, da sind wir in Kärnten. Am Montag, am Abend, werde ich wahrscheinlich Washi bringen, höchstwahrscheinlich, mal schauen, ob ich vorher vielleicht eine Runde Le Mans fahre, oder so, dass ich da was draus hau, mal schauen. Ausstärke, ja, ausstärke du das. Das passt, glaube ich. Sorry, auf jeden Fall, meine kleine Verspittung. So, ich könnte meinen Titel ein, du. Ah, okay, Magier, warte dann schon ein Crack, bevor ich loslege. Aber das sollte er eigentlich automatisch gemacht haben. Oh, danke für die Info, auf jeden Fall. Version 1.0.2, wenn du das außerwendig weißt, dann brauche ich gar nicht groß nachschauen, Marc. Wir fangen ja an neues Spiel an, aber da sollte dann alles eingestellt sein. Ich sehe schon hier mein Design von meinem Spieler. Wir spielen uns auf entspannt, das ist für mich noch immer schwer genug. Vor drei Jahrhunderten wurde Japan unter dem Tokugawa-Schokolade vereint. Es schloss die Tore zum Rest der Welt und eine Zeit lang blühte der Inselstab auf. Doch trotz der scheinbaren Ruhe brodelte unter der Oberfläche ein Konflikt. Die Feudalherren, die Daimyo, standen unter strenger Beobachtung. Nach außen gaben sie sich loyal. Aber die brodelnde Unzufriedenheit entwickelte sich langsam zu einem Flächenbrand. Tief in den Bergen von Kuroso wurden heimlich Waffen für eine geplante Rebellion geschmiedelt. Doch die Streitkräfte des Shoguns erfuhren von dem Plan und nahmen blutige Vergeltung. Geil, wer er mag, wenn es performancetechnisch vielleicht im Sticken besser ist, wie es gleich kommt mit dem Patch. Hallo, Martin. Gleichermaßen Meister der Täuschung und der Schwerkunft waren die Fähigkeiten dieser namenlosen Krieger unübertragen. Unter Anleitung ihrer Lehrmeisterin, der Klingenschmiedin, perfektionierten sie ihr Können als Zwillingskling. Einzeln beeindruckt. Zusammen unaufhaltsam. Die Zwillingsklingen sind für immer durch die Bande des Schicksals miteinander verbunden. So, Freunde. Ich habe mir da schon mal zusammengefrimmelt. Und hier natürlich auch. Da sind meine zwei. Hups, also weg. Hups, also weg. Ja, soweit ich das mitbekommen habe. Ungeschliffen fängt es bei Null an. Die ist Stärke doch am besten. Angeblich. So fangen wir an. Da muss ich lange mit Charakter-Editor herumschlagen, aber der ist schon ganz gut auch, muss ich sagen. Der ist schon sehr umfangreich. Da brauchen wir nicht näher drauf eingehen. Ich finde er ist gut. Da kann man mitarbeiten. Um es grob mal zusammenzufassen. Und im Flüge ab. Hm. na los geht's alles ok lautstärke alles ja passt oder let's go ups sorry katana rochon das habe ich schon gemacht und otachi nehmen wir noch mit ja anscheinend ja mit der 3 kann man ein bisschen aber gut brauchen wir nicht groß üben der 1 das ist noch die größere mit der habe ich noch gar nicht gespielt bei meinem testlauf ein überdimensionales ja so eine länge von einem ski irgendwie oder gut gemacht nicht zu viel zeit verschwinden hier schon luden ich habe hier noch nicht aber das werden die waffen was ich aussuchen kann hier sein langes teil noch noch ein langes teil das sind geschwerte ja das sind die zwei ja genau gut immer so eine schwester diese waffe soll es sein richtig ja ja ich halte mich nicht schlecht Weiß ich. Ja genau, mit den Steuerkräutern nach oben haben wir die Heilung quasi. Gehen wir uns aus. Mit R2, zack, gehen wir da rauf. Genau, wenn wir oben bleiben. Mit R3 zeigt er mir die Hand, das kann man auch einstellen. Zeigt er mir an, wenn ich diesen Finisher machen kann. Obwohl Finisher ist es nicht immer, aber so einen richtig fetten Schlag. So, lasst wir kurz eine Sekunde schauen, ob hier was liegt, ne. Ah, ich glaube hier noch nicht. Schauen wir gleich, dass wir ein bisschen schneller vorankommen. Mit Kreis laufen wir ein bisschen schneller. Die Banner, genau, können wir hier aktivieren und dann wird wieder alles aufgefüllt. Aber auch die Gegner kommen zurück. Aber ich glaube nicht alle, glaube ich. Wenn ich es richtig verstanden habe, glaube ich die Bossgegner nicht. Ah, ich bin mir jetzt nicht 100% sicher. Da kann man auch dann eine Schnellreise machen. Ich glaube von Banner zu Banner. Bin mir jetzt nicht 100% sicher. Ich habe mal nicht die Deluxe Edition gekauft. Momentan hätte ich es vielleicht sogar gerne. Ah, wobei 10 Euro mehr für eine Kleidung oder so, ne. Wir finden glaube ich genug. Das passt schon. Wenn die so teuer waren, haben wir uns wenigstens den 10 Mal erspart. So, die kennen wir noch von vorher. Richtig. Jetzt kämpft und zeigt mir alles, was ihr gelernt habt. Diesmal werde ich dich besiegen. Kommt auf Bunk. Ja, mit Dreieck, genau. Äh, genau. Nein, Japan ist es nicht, oder? Das Setting, oder? Das nächste Assassin's Creed. Ich bin mir gar nicht sicher. Ja, da sind wir nicht ganz geschnallt. Hätte man schon genau durchlesen sollen. Ich glaube, ich muss... Warte mal. Das kann jetzt ein bisschen dauern. Das ist das Einzige... Ah, jetzt. Okay, ich nehme den Konter. Ne, den letzten müssen wir ja noch überwählen. Ja, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Ups. Um Gegner K.I. zu rauben. Ja, 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 ja. Okay, das sehen wir ja nicht alles. Ich bin dir immer eine Schrift voraus. Stein dich an. Was kommt mir los? Was kommt mir los? Du bist besser geworden. Ja, eher eins heilen? Ich weiß. Ja, das war gut. Als nächstes werdet ihr gegen mich kämpfen. Ich stelle mich euch bei. Aufgepasst. Zwei verborgene Schneiden werden eins. Und nun zeigt ihr, wie stark euer Band ist. Hunk! Ah, Keto. Das reicht fürs Erste mit dem Training. Ja, also Geschmackssache. Die schwarzen Schiffe aus Amerika liegen vor der Küste von Yokohama vor Anker. Schleicht euch an Bord und entwendet die geheime Nachricht, die sich in Commodore Perrys Besitz befindet. Und wenn sich euch die Chance bieten sollte, dann tötet ihr ihn. Machen wir. Schade, dass wir nicht reden selber. Aber gut. Das Shogunat hat einen Pakt mit den Amerikanern geschlossen. Das ist schon Grund genug für uns, zuzuschlagen. Auf diesen Tag hat sich unser Clan seit langem vorbereitet. Der Tag, an dem wir endlich gegen die Tokugawa in den Krieg ziehen. Dies ist ein Befehl. Ein Scheitern der Mission ist keine Option. Seid ihr bereit, zu den schwarzen Schiffen aufzubrechen? Nassihi. Gut. Ich verlasse mich auf euch. Nun geht's. Ja, das, das, dieses Schwert da ist gar nicht so schlecht. Das hat ein bisschen Reichweite. Das finde ich gar nicht so schlecht, ehrlich gesagt. Katana natürlich auch geil. Ist ein bisschen schneller. Aber das, ja. Ja, die Katze ins Stier. Ja, aber so ist es beim Labern leider wie bei Fargrey. Äh, jetzt redet er. Ja, dauernd so ein bisschen kürzer. Die Katze ins ist ja eh nicht so schlecht auch. Aber, ja, wo schade trotzdem. Jetzt hat er gerade. Wir lassen das Boot hier, hat er gesagt. Das war sein Text. Ja. Niemand darf uns hierbei bemerken. Greifen wir zusammen an. Das habe ich bis jetzt bei allen Letzplayern gesehen, dass die irgendwie gefightet haben mit denen. Aber kann man nicht zu zweit, aber was Niki, äh. Eigentlich entspannt umnieten. Fangen wir an. Also ich habe es in meinem ersten Durchlauf sneaky geschafft. Und zack. Sehen wir. Und rauf da. So, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob man... Ob die uns... Ich glaube, von da sehen sie uns nicht, oder? Ob der ist da nicht drauf, ernsthaft? Ich glaube, das geht gar nicht, oder? Ja, nee. Ja, das gefällt mir schon ganz gut, muss ich sagen. So, gab es hier noch Loot? Ich weiß gar nicht. Ich habe auf jeden Fall eingestellt, dass es keine... Man mag keine Gliedmaßen und weniger Blut, falls ein bisschen die längere zuschauen. Ich brauche das ehrlich gesagt eher nicht. Und mir reicht das Blut, was ich hier... Was ich hier... Was es hier gibt. So, warte mal. Was wird hier noch geschrieben? Ähm... Ghost of Toshima, what? Was ist denn? Okay. Ja, genau, Marc. Ich weiß nicht, ob ich das zufällig oder ob ich das irgendwo... Ich weiß gar nicht. Aber ich fand das irgendwie cool. Stich dir unbedingt so ein bisschen raus. So, ups. Okay, das Sneaky Tutorial, oder? Jo. Mach ich von hinten. Jawoll. All das Training hat sich gelohnt. Jo. Zack, weg ist er. Ups, was ist sch... Was ist die Schwester hier abge... Abgesiebelt? Ja, ich glaube, jetzt kommt das Tutorial mit dem Abwehren vom Schießen, oder? Ja, das geht eh nicht anders. Hallo. Hallo. Wenn du gegen ihre Schüsse und andere ähnliche Angriffe mit einem zeitlich angepassten Konterfunken abwärts wird, wird er ne... Ah, okay. Na, passt. Alter, wie schnell ist denn das? Ah, ich weiß Bescheid. Hier entlang. Wie gesagt, Körpertelle abtrennen, habe ich jetzt ausgeschalten. Brauche ich jetzt nicht unbedingt. So, wir haben ein Gewehr bekommen. Ziemlich viel los. Geht das an einen anderen Weg? Heidi, instant weg. Ich hoffe, es ist heil genug bei euch. Ah, ich glaube, hinter Bewegung, schwierig. Ist doch jetzt eine Ruhe hier. Kann man vielleicht Ausrüstung bekommen? Irgendwas zufällig? Oh. Die Holzdinger machen mit, gell? Ich sag mal das her. Oder war das jetzt... Ach so, Moment einmal. Ach so, das ist das... Ach so, nein, nichts Neues. Das ist ja nur das... Ja, okay, passt. Nee. Ich hab da einsetzt. Kann man eh nur das. Ah, passt. Ah ja, ist auch egal. Oh. Ah, okay. Shit. Und runter. Ich hoffe, es ist heil genug für euch, Freunde. Geht's mal ruhig Bescheid, weil es zu dunkel ist. Ein Kinderspiel. Jo. Hier geht's weiter. Okay, dann werden wir mal alles andere abbluten. Ich brauche nicht langsam schleichen, der merkt uns so und so nicht. Loot, 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 loot. Heil-Elixier, billen, okay, aber keine Ausrüstung. Oder, ja. Ah, der Inventar. Oder, ja. Äh. Okay. Okay. Die Spielen, heil-Elixier. Wenn du eine Gesundheit verbraust... Die wiederherzustellen. Okay, na, passt. So, dann schauen wir nach drüben, kurz runter. Da gibt es nämlich noch eine Kiste, glaube ich. Mir ist alles deutsch, hier unten. Bevor wir weitergehen. Den Keller hier vom Schiff. Ah, da ist noch einer. Da war einer, ich koche mich. In das Spiel, genau, genau, genau. Ah, genau, da ist das amerikanische Gewehr drin, sehr geil. Ähm, das werden wir, ups. Die zwei haben uns dann den Wurfstern, also die werden da das bessere Gewehr gleich mal draufballern. Hier, sehr gut, das findet sie hier. Das andere lassen wir, das brauchen wir jetzt nicht. Schaut das aus, so einen besseren Wert. Wurfstern bekommen wir demnächst. Den ballern wir uns dann auf das zweite sekundäre Ding rauf. So, ich weiß nicht, ob da noch was war, auf die Schnelle. Aber ich glaube... Gab's da auch noch was? Das wird, da stehen noch zwei. Hm. Mäßig. 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 Ah, super damage. Keine Gefahr für die verorbene Schneide. LAderaumschlüssel. Okay, wo? Da war ich gar nicht bei meinem Test. Muss doch krassen Loot geben, oder? Ehrlichkeit passt. Danke, Mann. Danke, 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 danke. Ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß. So. Das war bei mir aber stärker eigentlich. Achso, das ist... Säbel, Katana, das hat ja selben Pferd. So, jetzt müsste es stimmen, oder? Unten haben wir den Säbel und da haben wir das, genau. Ja, perfekt, passt. Ja, da ist eh nichts mehr. Jetzt können wir rauf. Jetzt können wir weitermachen, aber die zwei Sachen könnt ihr auf jeden Fall mitnehmen, Martio. So, der Anfang zahlt sich aus und Säbel und ein besseres Gewehr. Wenn man Bock drauf hat. Das habe ich aber selber beim ersten Mal herausgefunden, weil ich unbedingt da schauen wollte. Ich weiß nicht, ob es da jetzt noch eine Abkürzung gibt, oder ob wir da jetzt so retour müssen. Links hier raus. Ich will immer auf L3 laufen, ach, das ist auch gigantisch. Marc, Marc, nimmst du eigentlich da alle mit? Warte mal, von diesen, ja, musst du eigentlich fast, oder? Für den Speicherpunkt. Ich weiß nicht, ob es da ist. geben aber ich glaube der ist nicht ganz so geil oder aber mal nee der ist sogar schlechter ich weiß noch nicht wie ich das wieder kann man das verkaufen mag oder kann man das irgendwie verschrotten weil wir haben ja 12 von 2000 plätze also da haben wir mal fürs erste genug glaube ich vielleicht spiel ich hab so lange aber trotzdem wenn ich nicht brauche könnte ich nicht gleich raushauen wegen der übersicht wäre es gewesen so hier sind wir ja rein moment ja da geht's auf genau was haben wir werden aber jetzt einmal nein weil ich kann wenn uns so einen eigenen ding anlegen leider kann ich nicht beschriften aber egal was ausrüstung ach so das ist wieder was ist da bei der ausrüstung dahin wenn da ja und was ist da jetzt neu ach so hier aber schlüssel okay anker ja okay wir wissen mal laderaum schlüssel bericht als das weg okay passt perfekt nichts neues so mein käpte mein käpte japan der große weiße wahl der allen entkommen ist doch ich habe eine klare sicht und meine hapone ist bereit ich werde nicht sterben hier kommt abgeblockt Ich werde nicht sterben, bevor ich diesen Wahl im Netz habe. Konterfunken perfekt abwehren, oder daneben springen, oder? Es gibt gegnerische Kampfwertigkeiten, oder? Nur schwer berühren, oder? Ja, ja, weiß ich. Nein, nimm das! Oh, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg! Oh, ja. Das kann ich auch, Junge. Der kann doch nix. Der kann doch nix. Weg, 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 weg. Oh, 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 oh. Komm, 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 komm. Aber du bist rein. Oh, das war knapp. Ach du Scheiße, der war knapp. Ich kann nicht zulassen, dass ihr ihn tötet. Da brauchen wir jetzt gar nicht viel tun, weil den können wir nicht besiegen. Ich habe das gestriptet. Ich mache jetzt gar nichts. Genau. Das fährt hier ohnehin auf. Da kann es doch nichts machen. Zwei von euch. Die verborgene Schneide. Hier ist das wirklich. Man munkelt. Eine verborgene Schneide würde ihren Partner für die Pflicht opfern. Also wer von euch übernimmt das? Ja, jetzt müssen wir für einen entscheiden. Wir nehmen ihn. Wir nehmen ihn. Ja. 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 Das war die einzige Spur, die übrig blieb. Ja. 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 John. Ja. Wir geben nicht auf! Wir geben uns alle zurück... Na wo ist er? Da ist er. Zack. Viel Damage macht er nicht. Ein bisschen. Ah, nein, da sind er 2, ja, nice. Okay, Kartan ist auch nicht so schlecht. Boah, Junge. Keine Chance. Tja, warte. Gut. Ob ich mir nicht eine Kiste gab. Ganz sicher. Ah, hier gibt es ein bisschen Gold, oder was gibt es hier? Ah, Billen. Okay, na perfekt. Gut, da geht's. Feuer macht uns nichts. Na, perfekt. Passt. Ich bin nicht so ein Genie, mein Feuer reinzulatschen, aber in dem Fall... Ob sich hier nicht irgendwo einer versteckt, glaube ich. Da hat es mich auch so geschreckt. Der Erschreck, da steht noch einer. Checkt der das? Ja. Ich glaube, es gibt noch Loot. No. Oh. Da geht's. Woah, was kommt hier her? Ah, der wird sich verarschen. Der macht da... Der ist doch gar kein krasser Gegner. Dann müssen wir ihn bitte ernst machen. Du hast dich dem Schokun widersetzt. Der Plan ist dem Untergang beweist. Hab' ich. Nööööööö. Schau' mal noch. 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 Ja. aber da noch ein feind hier nicht also du wolltest mir den des autorien mit dem gras ja das wert war das weiß ich schon das weiß ich das weiß ich wenn wir da ein attentat von oben da bleiben die in der hütte und im hund auch ein attentat ja sie hat einmal der geht von da war immer sneaky mal bei den kollegen und einmal vier waff sterne Ich untersuch den wieder. So, shit. Vielleicht hört sich ja nicht, dass wir da umgehen, oder? Mit unseren Flip-Flops. So, warte mal. Schauen wir mal. Können wir den... Ja, easy. Zack, Kollege. Ich bin doch noch da. Ich bin doch noch da. Hast du nicht gemerkt, dass ich deinen Hund da hier... oder Wolf getötet habe, oder? Und einen Kumpel, aber ja, macht nix. Macht ja nix. Oh, da gibt es noch ein Pelou. Nice. Zehn Wurfstern einmal im Sack gefunden hier. Perfekt. Perfekt. Weiter geht's. Weiter geht's. Achso, da kommen wir jetzt wieder. Ja, okay. Da können wir nix machen. Ich brauche deine Hilfe. Ah, bin ich wieder da. Das Jogunatt hat uns geholfen. Hier gibt es noch nicht weniger. Auch ich habe gebracht. Das ist es. Schön. Du willst dem Clan den Rücken kehren und nach ihr suchen. Sie lebt noch. Ich muss doch... Hast du den Kodex vergessen? Warum kämpfen wir jetzt gegeneinander? Du weißt, dass ich dich nicht gehen lassen kann. Warum nochmal genau? Keine Ahnung. Wer sich vom Clan abwendet, ist im Tode geweiht. Komm schon. Hast du vergessen, wer hier der Meister ist? Was ist? Ich hab dich nicht gelehrt zu zögern. Ach, ich habe nicht. Oh, ich hab dich nicht gelehrt. Oh, noch ist die Fünfte. Nicht schlecht. Also hast du doch etwas gelernt. Wie würdest du denn ohne Tränen stehen? Zeig dir, was du kannst. Ja, ich bin da schnell wieder zusammengefremelt zum Spaß. Bringst du es nicht zu Ende? Dein Herz war schon immer zu weich. Ja, schon damals, als ich dich aufgeregt habe. So ein bisschen Borno-Darsteller mag, oder? Schnauze, Schnauze muss sein, ganz klar. Wie Bottas. Seit dem Tod meines geliebten Zwillings Wusste ich immer den Schmerz der Überlebenden ertragen. Geh, sei erfolgreich, wo ich versagt habe. Genau, Mag. Genau das wollte ich damit bezwecken. Nimm den Pfad am großen Baum. Dann entgehst du den Herrschern des Shogunats. Der große Baum, Burny Baum, jawohl. Ja, wer individuell mag, den gibt es kein zweites Mal. Den Standard... Heini hat ja jeder. Wahrscheinlich genommen. Meinen gibt es nur einmal. Währenddessen... Währenddessen... Ah, okay, cool. Dann können wir doch mal ein bisschen ummodeln, wenn es ist. Dann passt es ja aber... Fürs Erste lasst du es mal... Also für den ersten Stream jetzt mal. Vielleicht schauen wir am Ende nochmal rein, ob wir etwas ändern. Aber, glaube ich, im Großen und Ganzen... Erlebe dein eigenes Leben und stirb deinen eigenen Tod. Das ist halt unser Charakter hier. So, und jetzt werden wir die Open World entlassen, Freunde. Und ich muss sagen, das erste Gebiet finde ich noch super. Ich bin immer dann meistens später überfordert, wenn 100... Wenn, weiß nicht, so Riesengebiete sind mit Riesenstädten und ich weiß nicht was. Aber das erste kleine Dorf mit 5 Leuten zum Clearen... Da bin ich daheim. Yokohama. 18.58. Begibt sich nach Yokohama, genau. Haben schon mal eine top Aussicht hier, oder? Das müssen wir mal kurz genießen hier. Ja. Und, nicht vergessen... Automatik-Loot einstellen. Genau. Ganz wichtig. Sehr gute Funktion. Ja, da ist natürlich... Oh, da ist noch einmal. Ah, ich will immer L3. Vielleicht sollte er es doch... ...noch umtun. Dass ich auf L3 laufe und nicht auf Kreis. Ah, der Ausblick ist schon geil. Kann man da zurück? Ne, hat er sich ja abgesperrt. Also, ich will in allen Spielen, wenn es anfängt. Daneben raucht es. Da können wir gleich mal hin. Und... Okay, da sieht man noch nichts. Aber soweit habe ich schon mal gespielt. Bis zum einen Dorf nach oben vorne. Ist auch noch eine... Links gleich mal eine kleine... ...Ansammlung von Leuten. Also, Mark. Jetzt schauen wir mal kurz. Also, habe ich da eh die... ...auf Updates überprüfen? Oder bin ich da eh aktuell? Sollte er, oder? Ist die neueste Version. Ja, perfekt. Ich denke, das passt. Rennt er schon auf? Ne, noch nicht. Sind die auf jeden Fall böse. Die müssen wir sowieso... Aber ich weiß nicht, ob... Kriegen wir da einen Auftrag vielleicht? Ne, wahrscheinlich nicht, oder? Warte mal. Ich will den versuchen Sneaky. Okay. Hat er die jetzt schon gesehen? Ja. Stufe 1. Das passt. So, Unterstufe 1 sind wir sowieso nicht. Das passt einmal. Man muss jetzt auch ein bisschen aufpassen bei den Stufen, glaube ich. Aber wenn wir einen schon mal wegbringen... Ja, warte mal. Von oben machen wir das gleich, oder? Ach so, shit. Dann müsste man da rauf, wenn... Obwohl, ist eigentlich auch egal. Trinkt euch den Kumpel mit? Ah, haben wir gut gemacht. Und gecleared, oder? Das Ganze hier. Ah, wie er denzelt her, schaust. Denzel Washington hier. Jawohl. Tun. Tun. So, was ist da jetzt? Hä? Können wir da was machen? Noch einer? 70 Meter. Man kann es aber nichts markieren, aber... Es ist wieder oben in der Leiste was angezeigt. Wie kann ich eigentlich wegstecken? Ah, R1 und draufdrücken auf R3. Habt ihr hier irgendwas versteckt? Nee, gar nichts. Was ich ehrlich... Diese Leiste unter dem Schwert mag... Ist das irgendwie die Haltbarkeit, oder was? Gibt's das hier? Habt ihr unten ein Schwert, schau rechts? Hä? Da ist gar nichts? Da ist so ein gelber... Zu 80, 90 Prozent... So unten so ein Balken. Das hab ich auch nicht ganz gecheckt, für was das ist. Ist das die Haltbarkeit? Nee, oder das Level vom Schwert, oder was? Das weiß ich ehrlich gesagt noch nicht. Aber ich hab's verpasst. Was du das weißt. Wenn's um Hund gehst, dann kannst... denen die Eier aus den Arsch klaren. Ah, okay, Marc. Wenn ich ein Ei brauch, dann... Dann hol ich mal ein. Also... Öffentliche Ordnung. Gebiet versorgt leider unter einem störenden Öffentlichen Ordnung... Und werden unter Menü Karte als angezeigt... Achso, das ist... Für alle Gegner, die du besiegst, wird deine Bindung zu deinem Gebiet verstärkt. Ah, die Bindung wird zu... Okay, jajaja. Dann schau bei mir frei oder was. kannst deine verborgenen schneidebahner benutzen solange die öffentliche ordnung in dem gebiet noch nicht ja da oben oder was muss ich da machen alter wie viel ich sind hier what ja level 1 aber wie verimpfen oder was Schnell, ich schaue nicht. Ich habe mich nicht mehr überlegen. Ich werde mich nicht mehr überlegen. Wenn nicht, hauen wir einfach ab. Hatte ich mich nicht mehr überlegen. Ich glaube ich sehe es nur die zwei. Ich habe noch vier. Dann haben wir das aber trotzdem freigeschalten. Es gibt nicht mehr, wenn wir schon da sind. Nein, Haltbarkeit gibt es nicht. Das geht mir auch mal zum Arsch. Die Waffenstufe sein, je mehr du mit dir fährst. Ah, ok. Ah, cool. das ist natürlich nice aber ich hab doch mit dem warum hat das keine stufe hm den snake mode schnell hoffe das geht sich aus ja oh shit das war der chef scheiße easy oh mit der döhle hier einer ist noch effekten haben wir das auch gleich so willkommen und dachi ist das gewesen ach so das war das lange teil warte mal kurz ach so das ist eh auch dachi dachi zack das schaut gar nicht anders aus dachi 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 hatır auch in die dachi nichts dachi Ah, shit. Äh, nee, Moment. Ich muss mal wechseln, warte auf mich. Zack, weg ist er, oder? Hä, ist das jetzt? Achso. Hier kann ich mich nicht mehr bewegen. Ich wollte unbedingt mit dem Gewehr schießen. Stufe 1, so, haben wir die immer geclared hier. Stufe 1, erstes Ding hier. Alles super, alles easy. So, Freunde, ich loot mal eure Kiste, oder? Macht eh nichts, oder? Na, danke. Ihr habt Stein und Stahl, wat? Blindstein? What the fuck, was hab ich gekriegt? Wat hab ich gekriegt, Freunde? Warte, hab's aufgeleuchtet. Habe ich doch gar nichts bekommen. Uh, und der erste Schale, oder was? Hä, was ist das? Der E-Verbrauch, was ist das? Die Flammendauer, what? Warum hängt sich das nicht um? Windstein und Stahl-Set, okay. Stahl der Zwilling, okay, da müssen wir schauen. Es gibt ja Set-Boni. Ah, mit R kann ich, okay. Ich glaub, das ist der Schal, warum tut er den nicht? Komisch. Handschuhe haben wir andere, bessere, okay. Set-Bonus. Röchst du mehrere Gegenschein mit einem Set-Bonus aus, um zusätzliche Spezialeffekte zu aktivieren. Drücke Dreiecke, um die aktive Spezialeffekte zu überprüfen. Der Set-Bonus ist für jede Ausrichtungsvorragung erhalten. Jeder hört sich sagen, blablabla. Set-Bonus. Gar nichts, weil wir noch nichts haben, genau. Uh, Zielgeschwindigkeit, da gibt's den Bogen auch. Ja, nice, sehr geil. Bono, Bogen gibt's. Bogen, Bogen, Bogen. Neue Flip-Flops? Ne, ich hatte mich unbequem. Die Flip-Flops sind wie so krass unterwegs. Unfassbar, oder? Geil. Bütchen haben wir noch nichts. Okay, macht nichts. Aber warum tut er oben den Schal nicht um, wenn man den jetzt bei Kiefer braucht? Seidigung, nachts. Hä, nachts? Okay, Gesundheit. Schau mal. Wo den umtut, den Schal noch. Noch irgendwie umtut. Was ist denn das? Keine Menge Kahn. Okay. Äh, nö. Okay, keine Ahnung. Achso, das geht ja nicht. Haben wir schon. Hälterung, leuchtet da noch immer was auf. Achso. Ah, okay. Wissen. Ah, Pferd bekommen wir ja auch. Nice, okay. Ich hoffe, wir haben alles. Wir müssen Transaktionen, was? Ich hoffe, wir müssen uns auf dem Knie schlagen. Hora. Ja, gleichfalls. So, wir gehen aber gleich in die Hauptstadt rein, dass wir da Hauptstory weitermachen. Und das kleine Ding haben wir schon mal. Autolooten mag, ganz wichtig. Dann haben wir da schon mal. Hier liegt noch Stroh rum. Wieder ein Otachi. Da muss ich mal an den Typen vom Warship denken. Ähm. 43. Das möchte ich gleich raushauen. Geht aber nicht, gell? Boah, da findest du ja Loot. Das ist ja unfassbar. Okay. Dann würde ich sagen, marschieren wir. Die haben wir mal befreit hier. Ich glaube doch hier irgendwo noch. Ja gut, okay. Loot gibt es ja hier überall. Okay. Okay. Also wir gehen aber den offiziellen Weg oben. Weil ich glaube, da steht noch irgendwo ein Typ, wenn mir nicht alles täuscht. Wir haben auch keine Ausdauer, ist auch geil. Dann da hinten müssen wir genau. Ich muss aber sagen, marschlaupte Performance. Ich habe mich auf Grafik gestellt, wenn mir da alles täuscht. Die Performance ist auf jeden Fall besser. Bei mir gab es einige Ruckler. Also es lief nicht ganz rund. Und jetzt muss ich sagen, läuft das schon um einiges besser. Na genau, den Weg will ich eigentlich bestreiten. Hier den offiziellen. Bin ich da nicht vorbeigelaufen? Nein, da irgendwo steht da einer, oder? Ah, da ist er. Den können wir zumindest mal labern. Ja, bin eh. Ja, bin eh da komplett. Du bist auf der Reise, oder? Richtig. An deiner Stelle würde ich das Dorf da drüben meiden. Dort haben sich zahlreiche Banditen eingenistet. Ich bin gleich gereist, um meine Waren zu verkaufen. Doch nun sitze ich hier fest. Der Kontrollposten ist gleich da die Straße entlang. Wie konnten sie das zulassen? Wenn du trotzdem gehst, dann nimm das hier mit. Vielleicht kannst du die Banditen damit wenigstens ablenken. Die Bedeutung ist ja normal. Gibt es da noch mal so... Es ist egal. Aber es ist egal. Ich bin die Bedeutung. Aber es gibt ja irgendwie ein bisschen... Wie ist das? keine socken mit denen können wir 2,6 prozent besser ausweichen mit den flipflops oder was winter holt alter fort das ist auch ein bullshit oder ein bisschen winter holt schuhe und dann zieht er die socken aus trümpfe der verborgenen schneide aber winter holt schuhe was ja mal 0,0 aber ist egal ziehen wir es an wir haben besseren wert den charlotte auch und nicht das komische warum hat er eigentlich das so das könnte man zum statt die ding dann nehmen wir das mal mit aber warum accessoire das müsste das sein statt ein schal ist das ein bug oder ich kann mir das nicht umhängen was immer das ist blindstein und stahl set es tut sich gar nichts beim hals gut ist nicht so dramatisch so werden wir die mal klären ich glaube 5 gegner haben wir hier nur zum neuen otachi die muss ich mal auf world of warships an den griechen denken aber wir haben insgesamt sechs gegner 5 normale und einen mini chef sagen wir mal da laufen es davon so da habe ich mir gestern auch ein bisschen jetzt weiß ich schon wo die sind glaube ich ungefähr ich verkack es nicht weil das sieht es 34 genau der kniet da vorne genau da können wir jetzt außen herum machen wir uns jetzt mal hier zumindest ein bisschen zeit aber weiter wie hier in dem dorf war ich eh noch nicht dann ist alles weiter dann blind zumindest was es die open world betrifft der technisch haben wir ihnen nichts angeschaut das spiel hat auch schreibt der mark auch ein wenn was sind trans mag system das kommt aber glaube ich erst wenn du ein langhaus hast ich kann ein langhaus haben geil was auch immer das genau ist aber ich freue mich drauf freu mich drauf ja ich muss sagen die bevor wir jetzt nach dem patch ist die performance echt gut oh shit hat er nicht gehört haha ok na gott sei dank na gott sei dank für uns hat das nicht gehört das hätte ich mich nur geärgert da sind zwei typen ähm überleg nur ob man einen können wir einen weglocken vielleicht oh warte mal einfach nur zum testen wie das funktioniert warte ist nichts was so dass ausmesslich nicht so lang ja ich werde davon von vikings quasi so jetzt wollen wir mal den darüber locken können ja es gehen beide rüber oder also wie lange ist denn der abgelenkt dass wir mal ein gefühl kriegen vorkommen ich würde mich nicht zu warte dass es mit schild vor ich muss mich gleich angreifen das ist Das ist halt auch ein bisschen ... naja ... was soll ich sagen? Sollen wir schießen? Ne, dann ... Dann haben wir definitiv die Aufmerksamkeit, oder? Ich würd' Elektrik als erster lieber den mit nem Schild wegsnicken. Und nebenbei, wieviel haben wir noch? Drei von denen? Ja, boah. Na gut, den kriegen wir eh sicher weg im Gweit, aber ... Ja, weil sich die auf 0,0 bewegen. Na, wir könnten von oben rauf springen, aber wir haben da mit dem Schild fast lieber, ehrlich gesagt. So ist das ... ... dass du deine Kleidung in ein bestimmtes Objekt geben kannst, die sich ... ... nicht ändert, auch wie der neue ... Ja, das find' ich ja das blöde, ehrlich gesagt. So ein bisschen ... Kann ich den anderen auch? Ja, den will ich als erster. Und jetzt der mit dem Schild mal weg. Ah, schade, ich glaub' ich kann beide killen gleich. So, war das ... War das zu viel Lärm? Hat das jemand mitbekommen? Ne, alles easy. Da oben auf der Map. Man kann sie zwar leider nicht markieren, zumindest jetzt noch nicht die Gegner. Ah, wenn wir verborgen sind, wird das ein bisschen ... okay. Die zwei normalen und der Chef. Dann will ich als erster mal die zwei normalen ... Ich glaub' der Chef ist ja mit einem riesen fetten Hut da in der Mitte. Dann will ich mal die einzelnen wegbringen. Warte mal, der geht da außen spazieren. Da ist noch gesperrt, wenn wir das noch clearn müssen, ist klar. Hätten die natürlich auch ... Ah, ne ... Ich glaubte, der kommt eh wieder daher. Wenn wir den hier theoretisch im Busch killen, könnte das der Chef noch nicht checken, oder? Da muss noch einer sein, dass man gegen den Chef alleine ... Ach so, wie ein Clown. Ja, dann ist das wieder beim Ding besser, wie beim ... Assassin's Creed oder so, oder Ubisoft, wo du das optisch anpassen kannst. Das wär auch geil. So, oder meinen die mit einem Gegner jetzt, mit einem ... Ist das ... Götter ist der Chef dazu oder ist noch ein Fußsoldat auch unterwegs? Anzeigen tut uns ja nur den Chef hier, oder? Geil wär wär, wenn wir den, aber den können wir glaub' ich nicht ... Ich glaub' den können wir nicht one-shotten, oder? Mit einem Headshot mit einem Gewehr können wir den nicht. Und attemtanztechnisch können wir den wahrscheinlich auch nicht killen, oder? Ja, vielleicht können wir ihn überraschen, irgendwie von hinten trotzdem. Lass uns mal ein bisschen, zumindest noch mal Schaden zufügen. Ah, der schaut, er schaut natürlich in die Richtung, ist klar. Okay, ich weiß nicht, wenn wir von da hinten kommen. Okay, er merkt nicht, dass wir seine Kumpel schon alle erledigt haben. Wenn er in die Richtung schaut, vielleicht können wir ihn von hinten irgendwie überraschen. Ich will auf keinen Fall in Gebiete, wo rein, wo ich unterlevelt bin. Das möchte ich auf keinen Fall machen. Deswegen kann's ja heißen, man soll mehr oder weniger die ganzen Gebiete so mehr oder weniger machen. Und dann ins nächste gehen, wenn man das Level das Vernünftige hat. So. Wie geht das, oder? Ich check dir das automatisch. Ah, schaut's, Freunde. Sehr gut. Schauen wir mal. Und go. Na, schon einmal gut runterbekommenen Kollegen. Zwar geht er nicht instant weg, aber... Oh, das war ja easy. Okay. Also, ich ermögliche mal schauen, dass wir den so wegbringen. Perfekt. Latschen haben wir weiterbekommen. Okay, noch irgendwas. Schauen wir gleich. Das ist das Besiegen von Gegnern. Erhältst du Karma. Wenn du mit dem verborgenen Schneidebahn interagierst oder Missionen abschließt. Mit dem du maximale Menge... Ja, was anderes. Wird dein Karma umgewandelt und erhältst Fertigkeitspunkte... Ah, okay. Jetzt haben wir alleine neuerer Person die Fähigkeit. Erhältst du seltene Fertigkeitspunkte. Stärke Geschicklichkeit und Karma. Intelligenz, mit dem du bestimmte besondere Fertigkeiten erlernen kannst. Aber nicht darunter. Du brauchst Erfahrungspunkte, XP sammeln, indem du Gegner besiegen und Missionen abschließt. Wie genug XP... Kannst du deine Stufe aufsteigen, deine Attribute verbessern und Fertigkeitspunkte zum Erlernen besonderer Fertigkeiten erhalten. Schwerzpaar haben wir bekommen, okay. Schwerzpaar haben wir bekommen, okay. Schwerzpaar haben wir bekommen, okay. Wenn du den vergangenen Schneidebanner aufstellst, machst du die entsprechenden Orte zu einem Schnellreisepunkt. Kleine vergangenen Schneidebanner unter Menükarten und... Gottseidank Schnellreise im Vergleich zur Dragonstock, mal alles, Schwede. Wenn du mit dem verbogenen Schneidebanner interagierst, stell dich mit deiner Gesundheit wieder her. Wird ja die Munition und Medizinverräte auf, außer gewarnt, dass dies auch bereits besiegte Gegner wieder zurückbringt. Die haben ja nicht die hier erinnert, oder? Hier kommen ja doch nicht die Gegner wieder zurück, oder im anderen Dorf oben hoffentlich auch nicht. Im Gegensatz zu Assassin's Creed sagt, dass wir wenigstens, wenn die Leute hier kommen, wieder. So, dann schauen wir, ich glaube, sonst gibt es ja hier nichts. Oh, was haben wir hier? Pferdeflöte erhalten. Das heißt Fuchs erhalten. Okay, das habe ich. Einfach so? Jetzt hier die Pferdeflöte. Okay, warum ich da so einen komischen Topfer aufdauerte. Entschuldige bitte, aber... Könntest du mir vielleicht helfen? Natürlich kann ich dir helfen. Wenn das Dorf sich entwickeln will, muss es dringend wieder Handel treiben. Doch leider wurden unsere Läden geplündert, als wir uns versteckt hielten. Und ohne Zutaten kann ich keine Arznei herstellen. Könntest du mir vielleicht welche beschaffen? Na, sicher. Ich glaube, ich kann nicht so jetzt. Na? Ach so. Wirklich? Mhm. Oh, vielen Dank. Gerne. Ich benötige für die Arznei eine gewisse rote Blume. Auf den Hügeln in der Umgebung solltest du fündig werden. Alles klärchen. Haben wir noch irgendwas? Die Fähigkeit automatisch Laufen ist nun verfügbar. Damit kannst du dich automatisch anderen Zielorten deiner Wahl begeben. Also, wenn du das L200-Menü ausweiterst, dass du diese Fähigkeit nicht einsetzen kannst, mit der Bewegung eingeschränkt ist, oder in unbekannten Gebiet zu bereisen. Was mache ich mir jetzt beendet, wenn du L drückst, oder bla bla bla, automatisch Laufen. Also, Brücke 1 und Platz spät nach unten, um das automatische Laufen fortzusetzen, während du reitest. Ach so, Merke. Keine Ahnung. Gab's hier nicht? Keine Ahnung. Ich glaube, hier gab's die Katze. Das hab ich nicht gesehen. Die nicht da irgendwo oben ist. Ja, da ist sie doch, oder? Ja. Boah, ich will sicher auch mit Kreisen mal runtersteigen, komm. Klar zu streicheln. Jo, die nehmen wir mit. Ja, praktisch, wenn man mal gerade einen Schluck trinkt. Ich weiß gar nicht. Ich lass die Rechnerstik wählen, ok. Ist ja eigentlich die Hauptmission, das ist mit der Medizin. Ich weiß das gar nicht. Leid mal hier ein bisschen in die Prierie. Ok, schauen wir jetzt, dass wir in unserem Bezirk bleiben hier quasi, wenn ich da auch reinge-launch, ganz blind, kann man vom Pferd aus auch hier looten. Nice, sehr gut, gefällt mir. Ok, bleib du mal da. Ich muss hier mal was checken. Natürlich, mit einem Pfeil wäre es natürlich leise dann, Heidi und den raushauen, den Typen. Achso, das muss ich gar nicht. Ich habe gerade das Graut so gesammelt oder was? Ach du meinig. Äh, was ist das für eine Station hier? Hm. Ich habe schon zwei von drei. Schauen wir da rein. Mhm. Hat sie zu oft gedeckt oder was? Nee, noch nicht. So, da ist einer. Zeig dir mir den jetzt nicht an. Gehe ich nicht. Ich bin doch drei Meter vor mir. Ich bin noch näher in das Gebiet rein, vielleicht. So, zeig dir mal jetzt was an. Nee, gar nichts. Ich stehe immer mal mit hier. Ist anscheinend ein Feind, ja. Ok. Den haben wir mal. Jetzt habe ich rausgeritten. So, zeig dir mal jetzt die Feinde nicht an. Ich bin nicht ganz. Wir gehen ganz. Achso, wenn wir die andere Mission aktiv haben, oder was? Ah, Gott. Den Graut müssen wir noch finden. Wollen wir das noch vorher machen? Nee, dann müssen wir wieder zurück. Dann müssen wir wieder her. Oh, sehe ich das hier? Warten noch Missionen. Kann ich da? Alle. Pass auf, er hat so eine. Läuft. Uh, da bekommen wir eine Haube. Uh, ein neues Gewand. Ein 50er Gewand. Ja, sehr geil. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. So, hier habe ich wieder bekommen. Achso, das habe ich gerade geschaut. Genau. Schwertbar. Hm. Könnte man vielleicht stoppen. Ja, ja, natürlich. Ich habe auch zwei Schwerter. Wieso habe ich da ein paar? Hä? Da auch zwei Schwerter. Bin ich ganz. Aber ist egal. Zwei Schwerter, das ist neu. Können wir da wieder bekommen? Wieder neue Latschen, oder was? Achso, ja, haben wir ja gesagt. Genau. Ja, die schauen ein bisschen stabiler aus, oder? Warte, sag mal. Gegner ausweichen. I-An-Ki-Angriff. KI. Wurscht, die schauen cool aus. Bekommen wir bald. Wer noch so komisch ausschaut. Was? Ich habe zwei verschiedene Schwerter. Was ist das? Ey, was ist das? Sattelpferd. Sattelpferd. Was ist das nicht? Zwei verschiedene Pferde? Das ist das Pferde, das ist das Sattelzug. Ach, das gibt es auch noch extra. Da haben wir alles abgecheckt, oder? Oh, wir haben zwei Fertigkeitspunkte. Ach du Scheiße. Da müssen wir natürlich auch gleich schauen. Ich weiß noch, was ich empfehlen mag eigentlich da? Leveltechnisch. Oh, Nummer vier Leute. Schade. Ja, 0 Uhr. Hm. Was aber? Pfeilekugeln zurückschlagen. Ja, das sieht man jetzt. Wie viel braucht das einstellen? Kritische Treffer. Aber eigentlich ist hier eine Woge von kritischen Treffern gegen mehrere Gegner zu entfesseln. Alles, was irgendwie passiv ist, wäre natürlich geil. Außerhalb des Kampfes. Okay. Unbewaffnete. What? Hä? Richtig Moral einer Gruppe von Gegnern. Ja gut, ich versuche eigentlich immer vorher die Gruppe zu eliminieren und dann den Anführer. Aha, ich glaube der Goodie hat gesagt, alles eher in Stärke. Schauen wir oder was? Wenn ich gehen es mag. Ja. Osweil. Ja. Ja. Und gegenwerte für die Gegner ist auch geil. Wer 1, 2 wird. So liegen. So wichtig. Ich verstehe. Hey. Ich bin Petersen. Okay. Ich bin... Ich bin mit lieberionogebit auf. Du hast jemanden geantwortet. Ich bin... Uaaaaah. so ein stärkerer schuss mit dem das ist auch nicht so verkehrt erhöht den schaden von heftigen sturm 12 prozent das finde ich ehrlich gesagt geil das verwende ich einen treffer mit einem prävort verwechselt einen schnellen vollgang griffen du meinst? warte da brauchen wir 3, ok wergels ist die unbewaffnete, ne das ist im achille aber was kommt da noch? die gesundheit ist geil das ist auch nicht verkehrt wergels ist hier eine woge von kritischen treffern gegen ihre gegner die kennt nicht mehr ja ist auch nicht geil ich habe jetzt die sammelding in ding aber ich sehe jetzt die stadt an und für sich nicht ich sehe auf die gegner noch nicht komm wir da ich höre da ja dann ah shit 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 burn it das war nicht so geil da ach shit 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 petitioner Alter, wie ist denn er drauf? Ja, legt mich doch am Arsch. Was war denn das für ein Schass? Oh Gott, war das behindert. Was war denn das bitte? Der war doch kein krasser Gegner jetzt, oder? Ah, okay. Sehr geil. Er ist einmal gestorben. Finde ich sehr cool. Ja, ich weiß. Den müssen wir noch einmal umnieten. Steht der wieder da oben, oder was? Aber kann ich nicht die... Boah, das hätte ich wieder bekommen. Wenn ich die Mission einfach einmal abwählen, dass ich sehe, hier sehe, wie es ausschaut. Obwohl, ich sehe nichts, oder? Ich gehe aber nicht da rum. Ich sehe keine... Achso, ich muss noch ein bisschen reingehen, dass man das... Dass das rollt irgendwie, oder? Da war er zu laut. So, wo müssen wir hingehen, dass er das checkt? So sehe ich die Gegner nicht. Da liegt vielleicht... Hat das gar nicht an der Mission gelegen vorher? Das ist der mit der Rache und mit der Blut-Rache, genau. Ich glaube, ehrlich gesagt, den Typen, der da lehnt, irgendwie kriegen von außen. Aber dann ist der mal weg. Den könnte ich mir auch noch snacken. Warte, die zwei holen wir uns da drüben jetzt, Freunde. Die holen wir uns da drüben jetzt. Achso, der steht ja da. Der steht ja außen herum. Ausdauer gibt es hier eh keine. Das ist geil beim Sprinten. Das finde ich sehr sympathisch. So, leider sehen wir jetzt nicht da die Gegner. Aber macht ja nichts. Dann müssen wir das halt so machen. So hat er mal das auch anzeigt. Den können wir uns mal so snacken, weil dann ist der auch mal für nix weg. Da war der Typ so krass, aber hatte ich das lange Teil dann nicht so... Habe ich das nicht so an der Tag gehabt. Das war doch ein ganz normaler Gegner. Da war eigentlich dann mal krass drauf. Da ist nur ein Fragezeichen. Okay. Dann holen wir uns den am... Oh, jetzt haben wir irgendwas gelootet. Damit's big... Hier. Ah, das ist lange. Okay, ob das so geil ist, die Waffe. Oder haben wir eine viel bessere. Eine Stangenwaffe. Muss ich mal probieren, ob man die vielleicht besser liegt. Wir haben ja zwei Waffen, können wir ein bisschen durchprobieren. So, jetzt holen wir uns den mal da oben. Da ist der Sniper mal weg. Der zeigt, wenn man nicht ahne, wie viele Leute hier sind. So, vielleicht bekomme ich seinen Bogen. Hört sich mal einmal. Das wäre auch geil. Bogen wäre nice. Ne, ein paar Sterne haben wir bekommen. Hörst, Sterne, okay. So, da sind jetzt die zwei Typen noch da drinnen. Sind das wieder... Oh, da oben könnte was drin sein in den Turm. Das ist die Blume. Mission wurde aktualisiert, ja. Das habe ich mir gedacht. Gibt sich noch Yokohama, ja. Aber ich will meine Blutrafe, Freunde. Oh, da geht einer. Schreibt er aber an, oder? Normalerweise. Ja, es wäre anderer. Geh mal rauf. Geht er mal, schiebt er da rüber? Ne, geht er nicht, warte. Ach, shit, jetzt geht er da rüber. Ah, das checkt er aber da drinnen. Wenn man den jetzt umnieten möchte, wo der hingeht. Zwei bis maxi zu zweit. Ach, shit. Erster, dritte, was auch. Da geht. Da nach vor. Entweder geht er jetzt da zurück, dann haben wir uns da wieder nach hinten geht. Oder er marschiert einfach ums Haus. Okay. Nein, er geht ins Haus. Okay. Beobachten. Aber wenn man da ein bisschen zu krass ist, anscheinend. Ist hier auch nichts. Es steht kein Level. Das ist ein bisschen komisch. Aber gut. Da werden wir aber nicht wieder spawnen. Da werden wir da gar kein Und dann können wir da noch geckert. Und jetzt. Und dann können wir da noch noch eine Fahne aktivieren. Und das habe ich noch nicht gecheckt, wer, welche Gegner da wieder spawnen. Und die werden wir das Dorf befreien. Die kommen in der Safe nicht mehr. Okay, er geht da spazieren. Okay. Ich glaube, das ist nie da. Aber wenn der jetzt... Ah, shit. Geht natürlich da raus. Ich glaube, er geht gerade. Aber wenn er da noch einmal kommt, könnte man ihn umnähten. Oder wenn er jetzt da runter geht. Wartet's? Geil. Das war knapp. Ach du schon. Das war knapp. Geht er nur zur letzten Position? Was? Safe. Kommt den immer mal mit. Checken den das? Könnt sich rausgehen. Der ist auf jeden Fall weg, oder? Ja. Safe. Checkt. Ich bin da zu zweit. Das gefällt mir. Aber einen müssen wir... Wer ist der Krasse? So krass ist der ja nicht. Auf jeden Fall von der anderen Seite müssen wir deaktivieren. Gehen ist gut. Kann ich da von oben irgendwie rein? Nein, jetzt renne ich das wieder um. Shit. Was gehört, oder? Ja. Was ist denn? Ach, ich bin da von oben. Okay. Ich bin da von oben. Das sind die nicht, oder was? Ja, nice! Haben wir den komplett weggesnackt, oder was? Geil. Die Kugeln kalten wir uns aber auf. Ach, der sieht uns. Ach, der sieht uns gar nicht hier draußen. Die haben das gar nicht gecheckt. Ach, die Mechanik müssen wir uns merken. In ihm Gras stehen bleiben. Das ist irgendwie der Krasse. Warum ist der so krass? Warum ist der denn mit der Blutrache? Warum ist der Typ so krass? Drauf sind wir aber... Ja, nix kann er, nix kann er, der Kollege. Gar nix kann er. Aber absolut gar nix kann er. Ich glaube, die Langwaffe ist für mich ein Hauptproblem. So, der Tanner. Was ist die Performance? Habt ihr hier nix, oder was? Das gibt doch gar nix. Das gibt's. Der zeigt mir hier auch nix an. Das ist etwas. Mische. Ich schau nochmal darauf. Ich habe vergessen zum reinschauen, ob da eine Kiste oder was ist. So, nicht speichern. Aber das ist nur eine Glocke. Okay. Na dann. Zurück. Da ist noch einer. Götter noch dazu. Vielleicht haben wir es dann befreit. Wir gehen eher spazieren. Aber warum zeigt er mir das nicht an? Ist das gefährlich? Da ist der Typ. Da ist ein Feind. kann mein hund auch snacken so von hinten kann man ausrüstung bekommen und 42 ok anders aus wenn wir mal probieren und für die ausrüstung ein bad sieht man nicht so geil durch den schal oder leidigung bei solo versuch und gewagt hier nehmert ihn ja cool aus die flops die sind krass das ist ein schaden gefasst wenn nicht um früher mehr schaden zu verursachen wird das mal rein ja wieder wollte ich auf l3 weiter ja das soll man noch nicht durch wahrscheinlich dann reiben wir wieder zurück ich hoffe das haben wir nicht umsonst gemacht hier ich kann jetzt automatisch reiten zurück wie war das noch einmal ja 1 warte mal ich kann mal ich kann eine schnellreise machen oder was gell aber kann ich ich kann nicht sagen er soll jetzt da hinreiten ich kann eine schnellreise aufmachen aber zu meiner markierung mark wie ging das nochmal ganz spät nach unten oder ne der geht da rein ist das mit automatischen reiten hier die kurzen entfernung müssen wir nicht unbedingt eine schnellreise machen das feinde ne auf der map der menü alter autos für alle lande anzahlen ja danke mark ah ja nice das ist das ist das ist sehr geile funktion danke mark danke 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 auf das wäre ich nie gekommen glaube ich etwas anderes im kopf gehabt jetzt reitet er zwar ein bisschen crazy hier aber na ok komm das schon stopp 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 ok das Pferdreiten ist jetzt nicht das allerbeste muss man sagen aber immerhin da war mal die markierung weg ja also eh wieder also im prinzip ist für mich schon blind jetzt zutaten ich danke dir vielmals gerne du hast wirklich mehr als genug gebracht nimm den rest davon und bring ihn anderen arzneihändlern ich bin mir ganz sicher sie können daraus irgendetwas nützliches für dich herstellen aber ja einfach wunderbar damit kann ich wieder eine ganze weile lang neue arznei herstellen hast du alles dabei was du für die reise brauchst für lieber noch mal deine vorräte auf ok danke ich will zwei in dem gebiet ok wie kann ich dir helfen ah bei dir kann ich ab endlich kann ich bei dir was verkaufen ich bin sehr geil dann war auf jeden fall mehrere auswählen genau 24 kannst du haben das hölzerne soll man uns das gag aufbehalten oh komm das kommt weg dann die wumme obwohl amerikanisches gewehr typ 2 da brauchen wir auch nicht kommen weg damit das weg das weg maghe tig erübricht das lassen wir uns eben lassen wir nochmal da passt und bittigen natürlich natürlich mehrere auswählen wenn du mal die flippen weg hier gegen aus welchen schaden aber noch einmal die winder latschen weg 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 auch immer weg die anfangskutte lassen wir mal ob da optisch irgendwas negativ nicht naja wie verarschen jetzt ist die du wechselst ist das weg okay ich habe dich kein glück alles auf einmal aber dann kannst du nicht und tschüss kann ich noch was für dich tun nö für das erste mal nicht rückkauf herstellen wie kann ich dir menge wird aus sechs menge im lager 0 von 9999 ok lassen wir hier auch gewährkugeln brauche ich da kann ich noch was für dich tun kann ich noch was für dich tun ok dann kann ich noch was machen kannst doch vier gedrückt halten beim verkaufen und dann den stück einfach nach links oder rechts ok so 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 schau mal in die richtung dass wir in dem gebiet hier bleiben würde ich sagen ja kampfstil keine Ahnung ob das gut ist stufe 6 what stufe 6 zu krass oder stufe 4 what stufe 2 hallo oder soll ich jetzt einfach der haupt story nachgehen die frage missionen 100 oder das können wir doch machen ausrüstung warte schauen wir doch mal rein haben wir einen hut bekommen der schaut extrem behindert aus aber bekommt wir kommen ein bisschen ding gar nicht immer den ausblenden lassen ich glaube ich habe es nur bei gesprächen oder aber das schauen wir gleich mal der ist ja richtig ähm oh ja das war auch modell bademantel der schaut schon cooler aus aber mal in grünen können wir auf jeden fall mal wenn wir uns das nur einmal anschauen ja ne da gibt ja aus wie ein mongole oder was oder ich weiß nicht zeig her ne das ist schon ein bisschen besser oder man da können wir aber das und das verkaufen der optisch ganz so schlecht aber optisch kann man nichts machen glaube ich oder ja wäre aus wäre auswählen ok und jetzt ok der anfangskutte können wir mal drin lassen aber da können wir orange und grün haben wir raus brauchen wir nicht ah die handschuhe können wir auch raus tun ok moment ich bin noch nicht ganz fertig aber mit die flipflops jawohl wie kann ich dir helfen diverses verkauft verkaufen genau wie kann ich dir helfen kann es mir helfen, indem du das annimmst, danke dir, 510, erlittener Schaden, ja, blaue Ansackgute lassen wir mal so zum Spaß, gefällt mir zwar, aber ja, da haben wir kein Boni und nix, oder sollen wir die, lassen wir mal sicherheitshalber fassen, dass die anderen überhaupt nicht gefehlt haben, bekommen wir die so schnell Sachen, oder? Aber das können wir auf jeden Fall, nein, aber wegballern, ja, okay. Kann ich noch was für dich tun? Weiß ich noch nicht. Wieder vergessen, oder? War noch irgendwas gehabt? Komm jederzeit wieder. Ah, ich wollte mal schauen, ob ich den Kopfslot ausblenden kann, was ist denn, wenn da wieder los? Neu, 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 neu. Neu. Ja, passt. Also, so. Das geht ja gar nicht. Können wir den trotzdem ausblenden, den Kopf jetzt mal fürs Erste wieder etwas Gescheites bekommen. Graf. Äh. Äh. Auf Grafik, genau, ne. Kamera. Okay, ne, das ist nicht. Okay, ne, das ist nicht. Okay, ne, das ist nicht. Äh, 1C Koffers Rüstung. Aus. Fürs Erste. Danke dir. Ja, Gott sei Dank. Halleluja. So, dann kann ich da nichts cooles haben. Komische Käppi da, das ist ganz der Kalten. Das Geräusch von dem Flipflop. Sehr geil. Sehr geil. Ich werde jetzt hier aber nicht safen. Wir werden hier so safen. Dann kommen drüben die Gegner. Und ich bin mir sicher, da müssen wir nicht was machen da drüben. Ich bin mir sicher, da müssen wir nicht was machen, Freunde. Haben wir noch einen zweiten Speicherstand? Ja, da kann man das nicht benennen, oder? Das ist ein bisserl doof. Ne, kann ich nicht. Ah, schade. Ich bin nicht sicher. Ich gebe dir. Drücke nach Yokohama. Begib dich nach Yokohama. Okay, das ist, äh, in die Richtung. Okay. Warten wir mal. Wo müssen wir da hin? Okay, da war unser Ding. Dann reiten wir, dann schauen wir uns mal da mal gerade aus, oder? Ja genau. das ist ja nix falsches drück let's go da unten möchte ich jetzt auch nicht ich glaube ich muss erst einmal in das erste Gebiet hier gewicrieren aber das ist vom Level her höher machen wir mal weiter von der Mission her würde ich sagen das vereint ihn wahrscheinlich nicht so aus gell aha zeigen wir uns die Katze jetzt hier an ja das ist sicher ein Erfolg wenn wir alle Katzen wenn wir alle Katzen streicheln oder? hundertprozentig Katzen gesamt zwei schon tausend wahrscheinlich zeig dir was zeig dir mal was an wo ist das gesperrt was ist da oben sorry sorry Ups okay vielleicht hole ich da noch nicht drauf das ist gesperrt warum ich da irgendeinem movement noch aber ich wollte es eigentlich eh nicht machen mal da draußen mal da draußen ähnlich wirklich oder? sorry ah doch ah doch 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 ja gut jetzt mal die Komiker drüben vielleicht nochmal clean aber dann wären wir hier mal zumindest aber hat das mit denen drüben was zu tun? ich weiß nicht aber das ist ja ja grundsätzlich grundsätzlich jetzt achso wenn wir das ach dann sehen wir aber auch achso das sollte man eh machen dann sehen wir auch ein bisschen was was haben wir hier ja stufe 6 natürlich natürlich stufe 1 stufe 1 stufe 1 stufe 1 das gefällt mir da gehen wir gleich mal hin das ist gesperrt ja jokohama das passt top da unten lassen wir stufe 6 brauchen wir nicht ok dann funktioniert das halt anders macht ja nix macht ja nix macht ja nix macht uns ja nix so hottehu komm her das spawnt da weg und spawnt hier wieder her ja ok das ist nicht ganz so optimal gelöst alles aber es ist schnell das gefällt mir geht alles schnell was haben wir hier dort aha was neues äh was ist das danke dass du es mir hier anzeigst ok ich sehe nicht einmal die äh breitigkeiten zu schlichten oder menschen zu helfen achso kann jetzt aber mit menschen gewinnen und nicht versteckt ok aber er zeigt mir er zeigt mir wieder nix an ich sehe nicht dass ich mit der hat ich weiß nicht so krass aus wir probieren es einfach mal achso das ist ja da hinten das ist ja gar nicht das kopf ich nehme er trotzdem mit ich nehme er trotzdem mit ich schalte mir hier aber wieder gar nix ja wieso zeigt er mir da nicht immer an ich hab ihn irgendwo in gelauncht jeden fall ein feind der nö 50 meter streitschlichten können wir uns mal anschauen können wir noch nicht mal schauen sie mit dem langen ich habe noch ein bisschen problem mit dem langen teilen wesentliche arbeitskleidung gliederschuhe stecken wir in das teil der lange kumpel wir helfen dem board kommen aber richtig geilen lu der muss wenn wir den helfen hier mit der fahne hier ja den haben wir verkaufen kann ich den merkt er sicher nicht oder ach so da 35ern das ist ja auch nachts das kann das war mal nix hier geil aber einen grünen hut ok gut setzen wir noch immer nicht auf ist nämlich dasselbe so was kriegen wir hier 45 kann man das nicht irgendwie optisch anlegen schade das wäre geil der ist nice aber ist halt leider schwächer 53er das gleiche der schaut doch geil aus 100 100 katzen streicheln dass dir keine gegner angezeigt werden habe ich weiter schon erklärt weiter was jetzt habe ich es überlesen wir haben keine ahnung wahrscheinlich du bist mit deiner haltung unterliegen gewesen von der her ach so von der her ach so wo sehe ich denn das aktuell hast du aber auch nur jeweils eine haltung bei deinen waffen so die haltung passt dann nicht zu der langen waffe was er gehabt hat oder was ist du hast nur das erklärt zeig dir den gegner an warte mal er zeig dir nie die gegner an nur in gebieten wo du die ordnung gestört ich glaube die ist gestört dann steht auch die aufgabe zum beispiel zehn normalen zwei chefs umlegen alles kommt auch noch mehr ok ich glaube ja das habe ich eben glaubt dass da die öffentliche ordnung habe ich gerade gelesen mag ja danke 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 das habe ich dann vorher überlesen na geh ich möchte das anziehen dann könnte ich jetzt eh aber das kann natürlich viel mehr das sieht nämlich geil aus irgendwie aber fisch geht es ja optisch geht es ja nicht oder ah nein ja bleiben wir dabei hilft nichts ich bin jetzt hinzu ich bin jetzt hinzu boah nehmen wir das grüne der flipflops 11 na was haben wir da bekommen geil die schuhe werden da dazu passen ja über die anderen sich gar keine gegner oder dann war es halt keine öffentliche ordnung ja macht ja nix wenn ich jetzt hier random bin oder zeigt mir da nix an weiß ich gar nicht und gut dann sind wir die aber auf Rille wenn ich da eh nix machen kann ja ok dann müssen wir einfach rauf zum ding und wikowski also fällt mal da kommt er raus ja mit kiste oben Ah, schon wieder Ich bin auf dem Weg, also normalerweise können die ja gar nichts Boah, eine Schneidebahn, aber da war ich ja fast, oder? Nein, 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 das ist das Wetter, ich war da hinten Ich muss dann auch gar nichts angreifen Bei wem bedrohen die? Innen, der schaut mir gar nicht so bedroht aus Das zeigt mir jetzt kein Dreieck an, sondern Das mit der Kampfhaltung Ist mir nicht zu hoch dann Geil, hat super funktioniert mit dem Atem da Ja, das befürchte ich auch fast, wenn ich mich so anstelle Aber jetzt hauen die wieder ab, oder? Geil, super gemacht, Benni Boah, Alter Ah, die können ja nichts, oder was? Ich weiß ja Okay Okay Ah, ich kann mehrere Sits, okay Oh, shit Oh, shit Okay, das wäre Man所以呢 Oh, shit alles bekommen. Ich frage die, die haben guten Loot am Start. Ich muss ja immer schauen, was ich da kriege. 50er, ok, von dem Kommission, ok, ist niedriger. Gut. Rüstung, ups. Achso, das Beste ist immer oben, ok. Gut, können wir alles verkaufen. Flipflops, naja, die 20er Säckchen. Trinken wir uns auch nix. Ohne Wanken vermeiden. Ich frage jetzt. Ich habe Loot bekommen, aber nichts Brauchbares ist leider für uns. Gerade aktuell. Aktuell, aktuell. So, dann schauen wir mal nach Flipkohammer. Spät haben wir es 0,59. Ja, maximal eine halbe Stunde noch. Ich muss ja morgen dann nach Kärnten fahren, dass ich da ausgeschlafen bin. Und nach Yokohama schauen wir nochmal rein, würde ich sagen. Jetzt müssen wir wieder besiegen. Okay, alles geil, jetzt können wir. Jetzt geht's los, Mark. Das ist immer ziemlich ein Yokohama. Das ist da hinten, oder? Gut, gut. Jetzt geht's los. Ja, nicht ganz okay. Ups. Shit. Hä? So hohes Gras? Das zählt nicht. Ich finde ihn ja auch nicht. Ich bin nicht. Ich bin nicht. Ah, ich bin aufgewand. Ich bin nicht. Ich bin nicht. Ich bin, ich bin nicht. Ach Scheiße. Ich bin wieder der da. Ah! Daneben geht Baller! Sehr schön Bernie! Sehr schön! Das gefällt mir ehrlich gesagt gar nicht. Den muss ich unbedingt anballen. Der mit der langen Waffe, das passt ja mit der Haltung nicht, hat der Mark gesagt, oder? Ah, da scheint mir die Kugel nicht bei dem. Können wir den sneaken? Pass auf! Das wären wir natürlich noch lieber. Geil! Aha, richtig doch, Kumpel. Das feste Fass. Drauf gesnackt hier. So, warte mal. Gehen wir mal den... Ah, shit. Jetzt haben wir den... Boah, das ist auch ein bisschen lame. Da will ich jetzt das haben. Ja. Erwischt! 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 Also wir brauchen den auch... Schauen. Okay. Ein normaler und einmal der Chef noch. Man kommt da. Weiter raus. Der Klitsch da, oder was? Der Klitsch da, er ist der Klitschko. Hallo! Oh! Oh, der Chef! Oh, der Chef! Nein, der Chef mit Stange! Mit lange Stange! Ach du... Ach du shit! Gar nicht gut, schau mal wie weit er... Jetzt drehen sie doch um, so pass auf. Oh oh oh, mal kurz! Hab den mal weg, okay, perfekt! Die sind eh nur Stufe 1, aber trotzdem... Ist der mit seiner komischen Waffe? Das gefällt mir nicht. Kann man da nichts machen? Das ging sowieso nicht! Sch**s Dreck, das gibt doch nicht! Ah nein, pass auf, pass auf Mark, pass auf, pass auf, ich nehme einfach die selbe Waffe. Wenn die vom Wert her vielleicht nicht so ganz geil ist, also haben wir einen 63er, komm. Oh, kannst du mir doch an Arschlecken. Ah, besser. Und die Entfernung, oder? Ja, wir nehmen aber die kleine Waffe, die kleine Waffe, dann sind wir gleich gleich auf. Ah, das war eine geile Idee, Mago, oder? Jetzt haben wir ihn, pass auf, mit seinen eigenen Waffen geschlagen. Jawohl, jetzt haben wir den, jetzt haben wir den geknackt. Ich bin schon wieder zugekackt hier mit, mit, mit Ausrüstung. Okay, das lasse ich mir aber gleich, das gefällt mir gleich einmal. Wird mir nicht so. Bei Säbel-Technisch ist es noch das stärkste. Ich kann nur nicht sagen, wann ich weiterspiele, weil ich bin jetzt zwei Tage nicht da. Am Montagabend werde ich vielleicht Warship machen. Obwohl ich mir jetzt nicht wunderschönig sicher bin. Aber ich mache am Montagabend weiter. Ich will aber eher am Abend wieder spielen das Game. Nicht um die Mittagszeit, mag, glaube ich, oder? Weil ich eben, okay, wo sehe ich denn das? Das muss ich auch noch irgendwie checken, oder? Ob ich das sehe. Aber ich glaube, mit dieser Waffe da, dem Gegner auch, glaube ich, das war gar nicht so. Die normalen Dinge, was haben wir hier? Ah, naja, ist ein Stirnband, oder was? Aber das. Das will ich sehen, Freunde. Das Stirnband will ich sehen. Das Stirnband will ich sehen. Das kann doch geil ausschauen, oder? Merk. Wir sollten verbergen. Schau mir bitte das Kopf. Das ist absolutes Must-Have. Alter, was ist denn das? Brauche ich einen Punkt wieder? Nee, haben wir nicht. Ah, was ist denn neu? Den roten Punkt wegbringen. Wieder ein neues Ding hier. Ah, das taugt ja. Dann passt. So, hier können wir wieder, bis hier da. Nein, nein. Jetzt habe ich da. Wie kann ich ihn? Habe ich das jetzt genommen, gerade die Kugeln? Wie kann ich denn da das Deck wechseln? Wenn ich jetzt rechts do, dann zieht er sich herein. Warte mal. Oder? Ich will nicht, dass er sich die Kugeln reinzieht. Genau, aber wir sind ja voll. Wie kann ich das Deck wechseln? Da sind ja drei. Aber habe ich das nicht freigeschalten. Pferdes Ding. Achso, stecken wir in die Waffe einkommen wollen. Ich habe doch gesagt, er soll mir die Sekundärwaffe anzeigen. Wieso zeigt er mir die nicht an? Wie will ich doch sehen? Anzeigen und verstauten Waffen ein. Schau dich jetzt mal aus. Mal schauen. Achso, das bezieht sich nur auf die Einzlerwaffe. Das siehst du gar nicht. Schade. Gut, dann nicht. Ist das eine Kiste? Nein. Was aufregendes. Oh, die Katze. Die brauchen wir natürlich nicht. Bär, die haben keine Ahnung, ob das geschieht. Katze, Katze, Katze. Am Strand. Perfekt. Nummer drei, oder? Katze nehmen wir alle mit. Nicht die, wo komplett crazy ist. Ne, das war es nicht. Mark. Wenn ich R1 drücke. Achso, war ich noch nicht freigeschalten. Oder wenn nichts drauf ist. Okay, dann stimmt. Okay, stimmt doch, Mark. Mark, alles gut. Alles gut, Mark. Danke, danke, danke. Stimmt, R1 und dann snappt das da drüben. Okay, habe ich verstanden, aber ich habe es noch nicht. Ausgerüstet. Okay, alles klar. Ja, passt, passt, alles gut, alles gut, alles gut. Habe es verstanden. Danke, danke, danke. Habe es verstanden. Wenn ich das jetzt spiele, dann will ich Ghost of the Shima auch, glaube ich, wieder spielen. Oder so. Ich habe Bock drauf, aber auf die PS5-Version. Irgendwie. Grüß dir. Jetzt haben wir es, ja, bis halb zwei machen wir noch. 20 Minuten, dann werden wir abdrehen. Ich denke, ich will da noch in die Stadt kommen. Ich will da noch rein. Ich will da noch rein. Und dann, wenn ich... Und das ist ja... Ich will das noch. Ich will da noch hin. Oh, da hängt schon die erste. Achtung, meine Güte. Boah, schaut meine Schuhe unbequem aus mit dem. Und dann machen wir da mal, würde ich sagen. Wo ist dein Passierschein? Ähm, hab keinen. Ohne Passierschein kommt hier niemand durch. Sagt wer? Kann nichts passieren. Ein ehrenhafter Samurai. Der lässt sich hier nicht schmieren, oder? Gergauf, aggroter Kollege. Geh ins Dorf und frag gefälligst dort jemanden. Ja, die Spasti, mach ich. Na boah, gehen wir doch hin. Können wir eh nix machen, mal aktuell. Warte, mir macht das einfach Spaß hier, Freunde. Mir macht das Ganze hier Spaß. Oh, Piat, let's go. Also genau, alles die richtige Spielgeschwindigkeit bei dem Dragon Dogma. Ich weiß nicht. Keine Reittiere, dann kannst du auch nicht schnell reisen und alles. Das ist, das ist, boah. Haben wir schon gute Ansätze. Es gibt ein paar Sachen, die mir echt gut gefallen. Aber da freue ich mich schon wieder auf Dragon Age Inquisition. Obwohl man das leider auch viel war. Bisschen, oder ich nicht. Ja, wir haben den Bogen. Wir haben den Bogen raus, Marc. Wir haben den Bogen raus, aber wir haben den Bogen rausgekriegt. Sehr geil, den kann man sich auch upgraden, oder was, oder? Der Kopf ist verursacht erheblich größeren Schaden. Ja, das will ich hoffen. Langbogen und zehn Pfeile. Yes, 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 yes. Oh, ach du Scheiße, wir müssen ja befreien hier. Jetzt habe ich alles gesehen, jetzt werde ich hier fast reingeloucht. Warte, vor allem checken wir das nochmal mit dem Bogen ab. Attribute, was macht man da? Ach du Scheiße. Was war da gleich für einen Bogen? Ich sehe kein Symbol für einen Bogen. Was für einen Bogen? Freunde, Freunde. Für einen Bogen. Da hast du die Pfeile. Wird ja auch einfach... Pfeile geschoben. Ach so. Pfeile. Anzahl der Pfeile. Pfeile. Warte mal. Ich sage da gegenstehen. Vermöge ich dir das Herstellen von Pfeilspitzöl und Giften. Das ist geil. Diese Gegenstände können auf Pfeile angewenden. Ja, das klingt gut. Ich höre die Feuerrate eines Bogens, so wie den Schaden. Okay. Warte, jetzt muss ich aber mal schauen. In der Luft. Ne, was kommt denn da heute an? Wir müssen alle unten schauen. Warte, das geht alles nicht so geil. Hm. Weil es nicht so krass hat, dass ich einen Treffer... Eins und dings nach oben war... What the fuck? nehmen soll so da weiß ich nehmen wir auf jeden fall im bogen wir haben den instant Die Frage ist nur muss ich doch aufladen? Nice! Wohnjob bei normalen Gegnern mit dem Pfeilbogen. Sehr geil. Ist nicht so laut wie das Gewehr. Sehr nice. Und ich weiß nur, die checken das, glaube ich, gar nicht. Okay, hier haben wir schon mal sieben Gegner. Das sind schon mal zwei mehr. Ich werde jetzt aber nicht so wild sein, wenn wir noch am Anfang sind. Stufe 1. Ja, die können da nix. Mark, die können nix. Ah, er hat's doch gecheckt. Oder? Jetzt hast du ihn auf den Arsch gesetzt. Was hat er? Was? 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 Was hat er für Panik? Warte mal, wir werden da. Shit, da kommen wir nicht nach oben. Na, schau, dass man sich immer anzeigt, wo die nächsten Gegner sind. Okay, da... Ich will auf den Arsch gesetzt. Ah, der geht da mitten am, am Weg, das gefällt mir nicht, 36 Meter, 20 Meter, 36, 31, ja, der kommt wieder retour, ist da noch einer, zeig dir mal den Toten da, ne, 28, noch einer, ich will das so gut wie möglich sneaky machen, ganz ehrlich, da kommt er wieder, bin in unserem super Stirnband, das ist wirklich sensationell, wir sneaken hier mal herum, sneaken hier mal herum, aber hier ist immer getarnt, das ist gut, wenn man retour geht, holen wir uns den, dann ist der mit dem Schild mal weg, aber selber auch ein Schild, obwohl, nein, das ist sperrig, gut, brauchst du auch ein, natürlich drehen sich nicht bei gleichzeitig immer, jetzt rauf geht der um, das soll man jetzt nicht übermäßig beanspruchen, ein Stück, geht runter, ne, okay, ist ein Stück drauf, okay, das, okay, nein, ich will jetzt nicht riskieren, dass der auch da, ich will so viele möglich sneaky erwischen, jetzt dreht aber der um, jetzt dreht der auch gleich wieder um, oder, ja, wäre sich sogar ausgegangen, aber gut, okay, gut, wenn er da vorbeigeht, beruhigen wir uns einfach, wenn der auch hinten retour geht, auf jeden Fall weiter weg, schauen wir mal, der Sorbus zog, ja, der zog wirklich alles, ja, 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 Wreckens Dogma, Final Fantasy, Ronin and Long, ja, ja, ja gut, wenn das mein Hauptberuf ist, dann kann ich auch den ganzen Tag spielen, dann topp ich da drei, vier Stunden, nehm das auf, oder was, und, ich sag mal das andere, und, 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 der macht das ja safe, Hauptberuf, ich nehme mal stark an, so viele Abonnenten wie der hat, der braucht sonst nichts mehr machen, also, auch hart, aber gut, ich könnte mir was schwierigeres vorstellen, oder, ja, als wie, du musst spielen, dass du Geld verdienst, aber wenn das dein Hauptberuf ist, ja, dann passt das schon, dann spielst du halt da mal rein, der zog den ganzen Tag, mit Spaß macht und alles, also, so, aber ist auf jeden Fall viel, da stimmt, Mark, da hast du recht, auf jeden Fall viel, was er macht, dann könnten wir eigentlich was safe von da hinten, irgendwo holen, oder, also checkt das eh nicht, wo ein zweiter ist, ah scheiße, wir hauen mal ab, dann checken sie es vielleicht nicht, wenn wir Glück haben, schnell, 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 lustig ist nämlich bei denen, ab dem Umkreis von 100m drehen die nämlich wieder um, das ist nämlich eh geil, das können wir zu unseren Vorteilen nützen, da wäre eine, Banner ist natürlich gesperrt, solange wir nicht alle umgenietet haben, so, bis heute schauen wir mal da oben, 41m, 35m, 36m, da oben ist noch irgendwo einer, da werden noch zwei Typen beim Chef sein, wahrscheinlich, Cheat hat er uns ja gesehen, so, da, da können wir die Hütte drehen, also, wir müssen eine Sekunde schauen, was wir bekommen haben, so, okay, da muss er da in der Hütte sein, oder, unmittelbar dahinter, gar nicht so weit weg, das geht da oben, ja Junge, das habe ich nicht gesehen, ey, die sollen schauen aufs Sniper, er checkt das unten gar nicht, die Waffe ist aber schon geil, die ist noch weiter weg, das ist für meinen Kampfstil, wenn ich einen habe, gar nicht so verkehrt, so, wieviel sind denn da noch, sind die alle bei ihm, oder was, ne, 20, 19, ich weiß nicht, sind die nicht, ja, mit dem Hut ist sicher wieder der Chef, 33, ja, da hinten, hm, lassen wir den mal, da hinten steht er, okay, dann holen wir uns den als erster, irgendwo haben wir doch einen Boni gehabt, wenn wir zuerst einen Chef machen, dann, aber, das will ich nicht, weil der müsste mit dem, ne, ne, ich mache meine Taktik, das passt schon, er ist auf irgendeinem Boni, wenn wir das überhaupt bei einem gewandt, ich weiß es gar nicht mehr, alle anderen mal umnieten, dass wir dann alleine gegen den Chef kämpfen können, ist mir ein bisschen sympathisch, aber 15 Meter, das ist eher, der, ihm ist noch ein zweiter, den habe ich nicht gesehen, ach du scheiße, jetzt wäre das immer wieder her, gehabt, die Wiese ist leider, warte mal, ist die vielleicht, aber jetzt sollte ich gar wurscht, den nehmen wir trotzdem mit, hm, 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 ja, einfach mal, ja, doch ich denke, dann geht es wesentlich mit euch an die fieh ich dabei deswegen habe ich die ich glaube das ist ein typ näher dass irgendein tier oder irgendwas oder umschaffen hat er nicht hier wird vielleicht unsere witterung aufgenommen haben jetzt nicht ein problem für uns 1 23 sehr schön drei zuschauer das passt doch perfekt wir sind schon nummer drei der kam im stahl kannst du pferde und sattelzüge kaufen verkaufen pferd wechseln sattelzug oder suchst du hofften schwarzes pferd wird der rösche sattelzüge kostet neun und ich habe ach so ich habe 16 oder was das doch wenn ich das war nicht verstanden die haben wir noch nicht gekauft ok dann müssen wir gleich aus wonach suchst du? aber die kann ich mit der klinge flangenwerfen breiter klinge achso das gibt es auch hat das jetzt für einen vorteil ich denke wahrscheinlich um zu 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 2019 eine Angriffen nach. Angriff bei Solo Versuch. Okay das klingt gar nicht so schön. Genau den weg. Der hat aber 39. Boah, ja. Weg. Ein Katar da. 35. Da werde ich nicht spielen, dass ich zu schwach bin. Weg damit. Weg damit. Achso, das grüne ist aber. Achso, da hat man mehr Power. Gegnern, ah ok, das müssen wir um tun. Weg, weg. Oh, Handschuhe, gar nicht gesehen. Weg. Weg. Was? Was? Das habe ich gar nicht gesehen. Westliche Arbeitskleidung. Überragende Champion. Anzahl Ausrichtungsteile. Was? Mit dem Weg, okay. Na, das lassen wir mal. Ja, oder? Gut, wir haben ja genug Plätze. Das ist Erelle. Anscheinend gefällt mir aber auch irgendwie. Aber werden wir nicht mehr anziehen, oder? Gefühlt. Geil. Epischen oder was habe ich da? Gezogen irgendwo. Richtig geil. Latschen kannst du. Die weg, die weg. Die weg, die weg. Die schuhe lasse ich mal zum Spaß. Das ist wirklich. Stens, lass mal. Weg. Brauchst du noch was? Ne, ich schau noch. Ne, da braucht man sich keins kaufen. Wir sehen uns. Wir sehen uns. Aber ich habe irgendwie nicht checkt, dass ich da... Ah, überragender Champion. Achso, das hat zwar 34. Zielgeschwindigkeit für die Dinger. Die brauchen wir unbedingt. Ja, grün ist besser als blau, oder? Anzahl ausgerüstete Teile. Okay. Zielgeschwindigkeit haben wir hier. Oh. Da war 4, okay. Da war 5. Da war 5. Dann gerät. 6. Oh. Hm. Ich muss jetzt mal sagen. Oh. Oh, das ist. Ich glaube gerade... Hm. Weitere. Ich bin jetzt nicht verstanden. Ich hab drauf an. Oh. Oh. Achtung. Ja, bitte ausschalten, danke. Ups. Boah, shit. Boah, nicht im Schlagen. Halt. Eine Unterbuchse an der Kollege. Boah, ich weiß nicht, wo ich da... Ich muss mir das anschauen, wie ich das... Unbewaffnet Konterfunken ausschalte. Was bringt mir das genau? Nö. Ja, da ne, mal mitkommen. Ne, mal mit. Das muss ich mal in Ruhe anschauen hier. Das brauche ich euch jetzt nicht belästigen. Das möchte ich mal in Ruhe durchschauen. Was haben wir hier bekommen? Ich bin im Dorf bei Steher. Das machen wir noch, würde ich sagen. Siege, Pferdehändler. So. Unterbuchse. Mit dem reden wir noch. Ich werde mich hier einfach draufsetzen. Mal reden. Pferden mit ihm reden. Und dann werden wir Schluss machen. Zwei Zuschauer. Ja, das passt doch. Ja, 131. Perfekt. Wir reden noch mit dem Dorf bei Steher. Aber das wäre natürlich auch, theoretisch, weiter mal das lange Teil hier. Pass auf, Marc. Optisch schaut, ob er das besser aus oder? Ja. Definitiv. Viel besser aus optisch. Anzug. Oder machen wir denn das Reden dann... Vielleicht im anderen... Im... So aufreden ist ja nicht. Machen wir das Hand und haben es gleich hinter uns kommen. Machen wir mit dem noch... Haha, danke. Gerne. Ich verdanke dir mein Leben. Mhm. Ich dachte schon, das wäre mein frühes Ende. Nö, nö. Wer bist du? Na, wer war das? Das ist eben hier. Räuber. Sie haben unser Dorf ohne Vorwarnung überfallen. Ach so. Das habe ich auch mitbekommen. Mistkerle. Aber dank dir sind alle wieder zurück. Jetzt können wir das Dorf gemeinsam wieder aufbauen. Ich möchte dich für deine Hilfe belohnen. Auf dem Hügel ist eine Höhle, in der du die Beute der Schurken finden wirst. Sollte dein Weg dich an ihr vorbeiführen, könntest du darin etwas Nützliches finden. Na, wie klingt das? Ja, fast noch, oder? Ich nehme mal an, du wurdest am Kontrollpunkt abgewiesen. Stimmt's? Mhm. In der Höhle solltest du einen Passierschein finden. Ah. Wenn du einen Passierschein willst, dann solltest du dich besser beeilen. Bevor ein anderer Ronin dir zuvor kommt. Ah, da kommt aber noch ein bisschen was. Das geht nicht so schnell. Ah, okay. Okay, ne, passt, 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 passt. Ja. Dann gehen wir das nächste Mal hin. Das habe ich glaube ich schon gesehen irgendwo kurz, was da so ganz grob passiert. Ich sage nicht, da steht die gleiche. Ne, ich höre etwas anders aus. Die ist älter. Okay, perfekt. Peine Eile, lass dir nur Zeit. Pustee, oder was? Sehr geil. Kann ich mir ein Pfeil herstellen? Nice. Herstellen, sehr schön. Danke dir. Kugeln. Wir haben mal eine zumindest. Nö, passt. Danke dir. Mach ich. So. So, Marc, reicht's jetzt? Will ich jetzt einfach nur hier auf Speichern gehen oder soll ich nochmal diesen Banner da berühren? Mal kurz, auf jeden Fall werde ich aber abdrehen. Alter. Geiler Hut, den will ich auch haben. Beide Freunde, beide Hüte ganz vorne dabei. Ganz vorne dabei. Die will ich auch haben. Sehr geil. Komm, Alter. Trotz er da umhängen, was ist denn das wieder? Ey, frag. So ein Steiner oder was? Oder was ist das? Alter. Kopfbedeckung oder generell Outfit? Ja. So, so, ja. Zur Höhle. Begeben wir uns dann im nächsten Stream. Freunde, entweder Montag am Abend. Entweder Montag am Abend oder Dienstag Mittag. Dienstag, Donnerstag und Samstag habe ich die Woche wieder Nachtdienst. Das heißt, unter der Woche bin ich eh immer da. Und ich bin Montag, Mittwoch und Freitag am Abend auch am Start. Zusätzlich zu immer um die Mittagszeit. Also dann werde ich entweder Montag Ronin, Ronin weiterspielen. Jaja, Magra, muss ich zusätzlich hier das auch aktiv, da auch berühren, das Banner? Noch einmal zum, irgendwie zum Abspeichern. Oder reicht's, wenn ich jetzt nur hier bei Systeme, das mache ich jetzt einmal, das mache ich jetzt einmal sowieso. Dann habe ich hier mal gespeichert, da kann jetzt nicht allzu viel schief gehen. Aber muss ich das hier auch nochmal berühren? Ich glaube nicht, oder? Max, wir resetten euch irgendwelche Gegner noch einmal. Damit die Flipflops und den Anzug, sehr geil. Also optisch aussuchen, was du anziehst, das wäre auch noch geil irgendwie. Das kann wohl schon sein, dass die da in echt vielleicht sich so irgendwie was zusammengeflechtet haben, warum auch immer. Hat Kopfschutz. Naja. Auf jeden Fall werde ich mich trotzdem jetzt langsam verabschieden. Und was sagst du noch, Marc? Eventuell Montag am Abend eher oder... Ja, schon fast, oder? Oder Mittwoch, also Dienstag am Mittag. Ich glaube, da kommt aber dann, je nachdem wie du Zeit hast, Marc, oder? Weil ich glaube, da kommen wir jetzt dann, was du jetzt erst einmal mitspielen kannst. So weit habe ich irgendwo ein bisschen vorgeschaut noch. Da kommt einer wieder im Bosskampf und da sagt er dann, du kannst entweder eben mit dem Typen da, oder du kannst mit einsteigen. Ich würde fragen, ob es dir am Montag am Abend besser passt, oder Dienstag um die Mittagszeit. Falls du da mitspielen willst, überhaupt. Wenn nicht, kann ich auch alleine eventuell. Das wird ja eh nicht so dramatisch sein. Genau, die Vorräte fülle ich auf, aber habe ich da auch nicht irgendwie... Oh, so. Aber ich glaube, ich habe ja alles soweit. Hört so mit den Pfeilen aus, da haben wir auch zehn Stück, das passt. Nö, die brauchen wir nicht so auffüllen. Dann habe ich hier gespeichert, dann passt das perfekt. Du, das kannst du mir ja noch sagen. Obst du mitmachen willst, oder nicht. Okay, von der ersten Gegner, den werde ich mit der KI-Hilfe auch schaffen. Nimm mal stark an. Der wird jetzt auch nicht das Riesenproblem sein, der erste hier. So. Dann sage ich, danke fürs Zuschauen. Danke, Marc. Vielleicht bist du ja dann am nächsten Mal dabei. Wenn du Bock hast. Ah, wie es dir geht, ja, das ist sowieso klar, ja. Ich hoffe, dir geht es mal gut. Vielleicht hören wir sich da dann so noch einmal, eventuell über WhatsApp oder wie auch immer. Oder ist ja egal, ich stream dann einfach und dann siehst du eh, ob es am Start ist oder nicht. Sonst kann ich da ja, wenn ich nichts vergesse, kurz Bescheid geben. Ähm, genau. Entweder mache ich Montag Warship, wie ich es gesagt habe, weil der Matsya weiß eh nicht, aber Zeit hat. Das kommt dann drauf an, da muss ich ihm nur fragen, ob er kann. Wenn er kann, dann werde ich streamen. Und wenn er nicht kann, muss ich überlege es mir noch, ob ich Warship vielleicht dann am Dienstagmittag mache oder keine Ahnung. Am Abend wäre es natürlich für Ronin auch schon wieder fast gescheiter oder irgendwo. Irgendwie. Aber ja, ne, andererseits ist das relativ gefallen. Ein paar Nasen, die da zuschauen. Montag am Abend Warship, Dienstag mache ich noch einmal Mittag Ronin. Und am Mittwoch am Abend könnte ich wieder Ronin. Ja, dann passt das ja auch. Aber ich würde sagen, wir schauen einfach mal. Wir schauen einfach mal. Mit auf jeden Fall Spaß gemacht. Der erste Bayern baut jetzt hier das Ganze. Also macht echt mega Spaß. Ich bin gespannt, bis weiter geht. Ich habe gesehen, wie irgendwo hat einer 17 Stunden geschehen. Nein, 17 Stunden waren das. Nein, wie viel? Der war jetzt 17 Stunden. Was war das? 17 Stunden fürs Spiel? Wie kann das sein? Oder soll ich nochmal direkt nachschauen? Kann ich aufhören? Habe ich da kurz einmal oder habe ich das? Oder habe ich das? Ich bin gespannt. Ich schau mal im Verlauf. Oder war das vielleicht woanders? Ich bin gar nicht mehr sicher. Ich bin gar nicht mehr sicher. Von City Skylines 2, das Beach-DLC, bei Martins Spiel musst du reinschauen, 96% negativ, diesen Beach-DLC ohne Beach, sehr geil, das musst du mal reinziehen, das ist ja, 96% negativ, die Bewertung von dem DLC von City Skylines, unfassbar. So, Full Game, der hat Shirako, ach, ich hab mich noch nicht verschaut, der hat 17 Stunden gestreamt und einmal das Spiel komplett durch, Full Game, genau, 17 Stunden, 8 Minuten, 58 Sekunden, der Ronin durchgezockt. Ich hab's im hier, das hier, kein Problem, das super ist, sein原nungsgefunden, so wird das Spiel nicht passiert, so wird ich schon fertig, dann soll ich, was da drüber noch passieren, wo ich hier bin, So werde ich noch nicht vermutet, das Spiel nicht Centre, aber ich habe auch ein bisschen dabei, wo ich hier hin muss, das Spiel nicht. aber das Spiel ist super, das Spiel ist super, das ist ein bisschen, das ist ein bisschen... Oder was, so kommt halt grob. Perfekt, ja, mir hat es mega Spaß gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen, ich freue mich schon auf den nächsten Part, entweder Montag am Abend oder Dienstag Mittwoch, äh Dienstag Mittwoch, genau, Dienstag Mittag und Mittwoch am Abend, das werden so zwei Termine wieder, also es geht auf jeden Fall weiter, für alle Interessierten. Also, das war's, danke, gute Nacht, wie viele Likes haben wir geschafft, drüber mal aktualisieren, achten wir uns am Start, 11, perfekt, ja, optimal, na immerhin, na immerhin, und, ja, dann sage ich mal, eine gute Nacht, danke, wie Sie einschalten. Erst durch die Story, ja, wahrscheinlich, das denke ich mir auch, ja, aber ich hab mal glaubt, das geht nicht, dass du durch die Story rennst, weil es da ein bisschen leveln auch musst, oh, ja, das will ich jetzt nicht machen, vor allem am Anfang nicht, ich schaue mal, was und wie der das macht, ich werde mich eh entspannt Zeit lassen, und, ja, wenn ich mal nicht weiter, na gut, weiter weiß bis jetzt, so schlimm kann es nicht sein, das kriegen wir schon hin, aber, wenn ich was nachschauen will, kann ich da nachschauen, im Notfall, dann sehe ich eh, gut, danke noch einmal, gute Nacht, Marc, freue Ostern, dann sehen wir uns Montag am Abend wieder, falls die Warships streamen, wahrscheinlich nicht, aber vielleicht spätestens Dienstag Mittag, je nachdem, was ich mache, muss ich mir noch überlegen, aber ich spiele auf jeden Fall weiter, also, danke, gute Nacht, freue Ostern, und, ja, wer will, Montag am Abend geht's weiter, vielleicht mache ich schon vorher was, wenn ich Bock habe, in Le Mans gab es glaube ich ein Update, falls fahre ich da, ein kleines Röntchen, so nebenbei, zwischen 19 und 21 Uhr, oder was, oder, keine Ahnung, jetzt fahre ich da ein kleines Röntchen, wenn ich, wenn ich, wenn ich Lust habe, drauf, vielleicht bin ich auch zu müde, von drei Stunden Autofahren, das kann auch sein, ich mache nix, oder, ich habe auch spontan vielleicht einen Supermarkt, oder was, oder, man wird sehen, man wird sehen, ich Lust habe, dann noch einmal, gute Nacht, und bis Montag, ciao, ciao!